ich würde sagen wir versuchen jetzt noch einmal den frostbund gleich ich weiß ich will an die rasierfichte irgendwie rankommen ich weiß noch nicht so ganz richtig was hier das optimale waffe ist 78 schaden 92 bei der hier vielleicht ist meisterhaft zu langsam noch herzer versuchen ich rufe den frostbund und es geht los jetzt und jetzt werden wir einfach mal schauen vielleicht ist es so besser mit dem gerade die schießt ja viel schneller du musst dran denken dass du immer noch du hast ja die die geisterrüstung noch an also heißt das es ist sinnvoll wenn du weiterhin zauberwaffen genau mit dem da kommt schon da immer streich das erste mal das problem ist dass die monster und sie alle ich schieße auch durch alle durch das klappt über der heilung nicht so richtig er nimmt auch zu viel schaden die triade ist schon das erste mal platt gemacht wurden das weiß ich nicht die triade habe ich nur gesehen keine ahnung weiß ich nicht du bist kalt du nimmst die ganze heilung mit das ist okay der schwächere bekommt immer die heilung ich habe ein herz gefunden kommen den baum nehmen wir jetzt kaputt hier ist ja noch er ist ein neuer das ist ja ein neuer baum bekommen diese neue baum her man muss das bisschen nutzen können dass die an die wände an die wände ran zu schießen geht hier diese noch diese waffe das ist eigentlich eine ganz coole geschichte du bist im haus bis mal krankenschwester oder wo ach die ist unten versteckt es ist leider immer noch zu wenig schaden das ist zwar gut wir bleiben relativ gut gesund aber zu wenig schaden ist es immer noch hast du ein baum platt was ist der denn da hinten das abgehauen hier der blöde baum so da jetzt kriegen wir noch ein paar punkte von dem hier schön wenn ich schon gesund so ich habe den baum gleich fertig jawoll haben wir diesen doofen kackbau erst mal kaputt gemacht so klappt das gut wenn ich nach vorne schießen kann hier und gleich mehrere abkriege passt das das ist wie ein maschinengewehr jetzt hier dann kann ich gleich von jedem der hier kommt das ist top die waffe ist gut geeignet gerade ich bräuchte mehr rückstoß in der arena woche gerade der baum so ein mist hier ob der hier reinkommt in die arena das wäre gut kann man hier hoch geflogen zu mir dass wir versuchen in die arena zu locken ist ja noch irgend sonst jemand drinnen ich werde auch mal den drank nehmen zusätzlich so jetzt gehe ich mal hier runter und wird versuchen von hinten jawoll den baum abzuschießen guck mal ich schieße auf den baum und heil mich das dabei das ist gut du bist oben ne der schießt mit der rasierfichte das ist gut ich stehe perfekt jetzt nicht mehr so gut geeignet mana habe ich hoffe ich noch ich hoffe es geht hier nicht irgendwann aus das wäre ja wirklich ein problem der schießt mit nadeln dann nochmal auf so nadeln zu schießen ja guck nicht auf die tränke bleibt dann entspannt wie gesagt da brauchst du keine sorgen haben alles gut jetzt haben die elfen hier unten das ist gut geeignet kriegen wir jetzt einen durften wir dürfen einen baum in die arena das wäre natürlich nicht schlecht wenn man da reinkommt jetzt kommt der baum da kommen hinterher aha die belle bleiben hier liegen sehr gut ein bisschen strategie muss man halt haben dann kriegt man das schon hin aber der weihnachtsmann ist noch nicht mal da hast du den weihnachtsmann schon gesehen hier sind ein paar herzen top hat sich erwischt war die steuerung müsstest du eigentlich haben so jetzt kommen wir jetzt kommen jetzt kommen wir hier ich gehe mal hoch in die arena und mache da die unten die da drinnen platt bist du geheilt schon wieder ich werde dir mal die waffe ich werde dir mal die waffe geben die ich auch habe hier die ist gut geeignet jetzt kommt der helikopter mit dazu jetzt kommt der helikopter ja das klappt doch jetzt mal gut das ist nochmal vernünftige zusammen oh hier kommt schon wieder eine tannbaum au diese blöden helikopter da jetzt fliegen oh die treffen aber hartnäckig ja die schießen vor allem sehr stark und da sind die auch noch in der arena hier drinnen versteckt diese blöden die ja ich muss dann muss ich mich erstmal heilen das ist gar nicht so einfach hier jetzt kann man muss dann noch was in arena und ich glaube du kriegst gerade die heilpunkte von mir ab jetzt kriege ich ein paar ab jetzt kriegst du ja ein paar heilpunkte ab ich frage mich jetzt mal ganz ernsthaft warum springst du du an den ran wenn du da oben am ende der arena geheilt werden kannst wir müssen noch ein bisschen üben aber auf jeden fall haben wir den auch gleich platzieren aber ich denke mal das ist auch die nacht ist auch schon gleich vorbei jetzt hast du gerade wieder geheilt ja geh nach oben bleib hier oben bleib hier oben ich versuche jetzt mal den noch platt zu machen ich habe ihn zu treffen das würde ich ja keine lebensenergiepunkte kriegen noch eine oder zwei gleich diese dumme komm mal hau ab du du wirst viel von dem kriegt man aber die rasierfichte nicht wir sind noch lang wo zwei stück gleich warum kommen denn jetzt erklär mir doch mal bitte woran das jetzt liegt dass das hier die dass wir keine runden weiter kommen der weihnachtsmann ist noch nicht da aber wir haben schon dreimal hier gegen den tannenbaum gleichzeitig weil er schießt mit seinen komischen tannennadel das ist ein problem und zwei schaffen wir nicht jetzt bin ich auch noch reingeflogen in diesen doofen baum ich weiß gar nicht welche wie weit wir jetzt mittlerweile kommt auch noch so ein blöder kopf da jetzt treffe ich den nicht und darum ist ein weihnachtsmann da oben rechts nehmen wir erstmal muss man das mal den versuche ich mal zwei gleich manne so wirst es versuchen haaah mensch steuerung ey das ist doch irre hier warum funktioniert denn das nicht hier jetzt ist nacht vorbei nacht ist vorbei jetzt können wir gucken was wir eingesammelt gekriegt haben nüscht wahrscheinlich ich treffe noch nicht mal ich kann mit den magiewaffen nicht umgehen hier hallo ob das mal trifft zu diesem doofen nussknacker das ist ja irre hier hält ja nüscht aus so also das ist nüscht so das ist also überhaupt nüscht wert ist das alles ja so ein doofen bogenschütze ey er hat es mich wieder zerlegt das gibt es doch gar nicht ey das ist doch nicht zu schaffen also wir müssen nahkampf machen definitiv und müssen mit dem terra blade hier ran das nützt alles nüscht so mein ganzes gold liegt hier noch überall rum wie oft es mich jetzt zerlegt hat ei 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 du ja das ist wieder da ich hab nur noch so ich guck erstmal mein tränke ist ja alle deine tränke sind alle ja ja dann kriegst du neue andere tränke dürften nichts von dir sein die kriegen wir auch zu kaufen ich guck erstmal mein ganzes gold und silber und alles wieder ich hab glaube ich schon alles abgelegt gehabt also es dürfte nicht zu viel sein was ich verloren habe nehm ich mir mal neue tränke raus das ist ja unfassbar ey ich weiß nicht wie weit wir gekommen sind aber weit war es glaube ich nicht ich geh mal neben der Toilette ja wie viele tränke hab ich denn noch sieben und meine sind ganz alle okay naja also wir haben schon ganz gut meine aus dem fenster gehauen hier das muss man schon mal sagen ich hab auch ganz gut meine aus dem fenster und pack das mal in die kiste da oben rein ich hab auch ganz gut meine aus dem fenster gehauen sogar noch mehr ja jetzt pack ich es mal in die kiste da oben rein hier in die zauberkiste 45 haben wir da noch ich geh mal abholen gut okay das war's erstmal das war's erstmal ich geh mal abholen 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 Musik 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 Musik